hallo und herzlich willkommen meine freunde so zu einem weiteren wie soll man sagen lspd fr mod installations guide sonst wie auch immer nennst wie ihr wollt heute zeige ich euch mal wie man ja ein auto einfügt ich muss dazu sagen ich weiß es selber nicht ich bin da kein profi dazu wie man ich ersetze sagt man es mal so zuerst gehen wir mal hier drauf ihr ladet euch in der infobox verlinkt alles sind open iv also vier oder ja ihr wisst ladet euch denn mal runter und dann könnt ihr irgendeine karre nehmen ich habe jetzt halt hier den lspd 2011 fortgrund victoria genommen stand 1.0.0 ja ganz normal hier drauf downloaden und dann ja mit hubcaps oder ja gibt ja nicht nimmt er halt ein und bestätigt dass ihr kein robot und fertig dann könnt ihr das runterladen ja ich habe das jetzt alles schon gemacht deswegen können wir das schließen sehen kommen später gut dann fangen wir mal an so jetzt haben wir hier die sachen da sind meine trüben jetzt können wir hier open iv halt ich habe schon auf was man schießt mal nochmal so open iv ihr kriegt jetzt noch eine frage ja wo dein dateienpfad vom steam her ist so es ist ganz einfach normalerweise hast du wenn du es auf deine c festplatte gelegt hast ist unter programme x86 und dann kommt hier steams die maps so aber daher dass ich das auf die habe ich das jetzt mit einer netzzeit die auf programme x86 dann steam steam apps kommen und dann habt ihr das verzeichnis einfach auswählen und der rest einfach immer continue steht da glaubt einfach immer das drücken und dann sei da im gta verzeichnis so open iv um das ganze noch mal kurz zu erklären open iv ist dafür da das war mein handy professional ja jetzt geht das kleine video auf nicht so ja open iv ihr habt mehr zugriff auf die kompletten dateien von gta so habe ich das das ist so habe ich mir das vorher durch den top gehen lassen wie ich das erklärt das ist ganz einfach ihr habt mehr zugriff ihr könnt zum beispiel jetzt sage ich mal nur hier so dateien wie rpf und was weiß ich ich habe da müsste woanders hingehen falls ihr das genau wissen wollt auf jeden fall bekommt halt zugriff auf die ganzen audio sachen und fahrzeuge und könnt alles ersetzen so jetzt ist es ganz wichtig ihr müsst jetzt 7zip ich pack's euch auch nochmal in die beschreibung 7zip oder je nachdem hauptsache ihr könnt die zip dateien packen macht das einfach aus zieht sie auf dem desktop fertig so jetzt haben wir hier einmal den ordner lizenz ja das ist jetzt eigentlich relativ egal immer die readme lesen ist ganz ganz wichtig aus zum einen grund to install so hier genau hier hier steht nämlich ihr müsst jetzt ja jetzt ziehen wir das mal kurz darüber dass ich das aussehen können so gut ihr fangt jetzt ein update 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 und jetzt sagt er edit mode und jetzt geht mein handy grad zu tab auf den single das ist einfach mal kurz stumm ist auch fertig stumm gestellt so ja ist jetzt egal so edit mode ja ihr wollt jetzt sagt er hier mod forder ja schon wie mod forder passt schon so jetzt seid ihr ja noch mal mehr machen noch mal von vorne update update hier steht das x64 das können jetzt oben mal ignorieren was dlc packs und dann normalerweise das ist jetzt irgendwie ja mein gott update update x64 dlc packs was ist levels gta 5 alles kann nicht sein dass deswegen die datei ist jetzt ein bisschen falsch geschrieben x64 dann dlc packs ah der hat okay sorry da hat es dann anders gemeint er hat das hier update das kommt sozusagen eigentlich raus weil er hat es irgendwie ganz komisch gemacht hier und dann kann auf jeden fall er meint update x64 dlc packs da kommt ihr auf den patch day 9 ng was auch immer das heißt dlc punkt rpf x64 levels jetzt passt das nämlich alles gta und vehicles punkt rpf so jetzt habt ihr die police es gibt am besten jetzt macht am besten bevor ihr immer irgendwelche mods in den spiel installiert mag durch 1 ich habe mir hier noch mal kurz auf dokumente auf meine festplatte gta mods gta data ich habe mir den ganzen ordner einfach mal rausgezogen und habe es nur auf eine externe festplatte gezogen dann kann nichts passieren und dann mache ich das immer so ich lösche nämlich hier die daten war hier also löschen und sie sind dann rüber ich über speichert ihn nicht weil da habe ich immer angst dass irgendwas kaputt geht und speichert die daten auch nochmal mit dem ordner drin jetzt wie ihr seht ich glaube ja das gleiche modell gewesen hier ist und ja normalerweise gibt es jetzt noch ähm ja wie soll man das sagen police kann es wieder raus machen äh noch sachen wie da müsste er in mplugs ordner ich glaube unter common und data ja genau die handling meta oder die car variations.meta müsst ihr austauschen das ist sozusagen das handling aber ist ganz ehrlich ein guter mod ein guter modder macht in seinen ordner hier in die readme immer so eine installationsanleitung dann ist es ganz easy dann müsst ihr einfach nur das folgen und ist wie gesagt wenn ihr update und dann findet ihr das nicht deswegen meistens meinen sie entweder update und dann x64 ppacks dann seid ihr hier bei den dlc packs oder sie meinen falls ihr x64 eher so sucht das sind die ordner hier ab hier die ordner ja wie zum beispiel x64 e levels gta 5 hier auch nochmal vehicles das sind glaube ich so gut wie fast alle drin habe ich gesagt macht sagt der anleitung wie es vom mod her steht dann müsste eigentlich alles rund gehen und ähm ja das war es eigentlich jetzt schon von dem ganzen äh mod video und ja äh falls es dir gefallen hat würde ich mich freuen wenn du äh mir einen daumen geben würdest ähm wenn ich sag mir wirklich deine meinung schreib es in die kommentare und ja von mir aus gib mir ein dislike wenn es dir echt gar nicht gefallen hat aber gib mir dann bitte einen kommentar benutzt es einfach und gib mir feedback was ich besser machen kann oder ja und ja falls es dir wirklich ganz gefallen hat und du möchtest keine videos mehr verpassen kannst du hier ein abo da lassen einfach auf kanal und hier ist kostenlos ähm ja was wollte ich noch sagen genau achten euch einen schönen tag äh guten morgen oder guten abend je nachdem wer noch das video anschaut ähm ich sag mal nur eins dazu mod video stand vierter fünfter 2016 ähm nicht dass einer das noch in dem jahr irgendwie sieht und ja wisst ihr schon also Leute haut rein und tschüss hat ja mit im e auf